hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute für auf die ag nach dem ticket und heute wird spiel dragon scrubs abenteuer ich werde spiel starten von drei machen und das müsst ihr jeden losgehen ich habe meine account gefunden schneller 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 mehr so da sind wir und es geht los auch was neu ist wieder auch 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 über video angucken ich habe keine lust auf videos gucken nee 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 ok jetzt haben wir alles fertig die sollen alle abernten was ist hier dann wollen wir mal gucken was wir jetzt weg machen mal ein bisschen stahl honig schokolade die drachen schlafen schon wieder alle schön ja ja hier ist auch was durchsichtiges kommen wir fällen den baum habe ich nicht eine quest irgendwie ach ich brauche banan ich fange bei den obersten an honig ich fange hier auch nicht an und holzstäbe warte honig haben wir hier warte honig haben wir hier oh und angebot heute alles wuuh das ist nice gut honig und vier stangen holz 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 da ich brauche vier stangen da braucht bretter ok also eine stange habe ich schon mal und honig 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 das ist stahl ja ja honig ok honig extra hier ok honig extra hier ok rot normales brot drei stück bäcker hier ich brauche das und das na gut schau mal weiter das war noch da wir werden fertig das muss ich machen wo brot ist maisbrot den kann ich da machen ein mörnkuchen 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 perfekt perfekt mörnkuchen da geht gar nicht rotes besetzt ja das sind schon mal die sache mörnkuchen 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 Hmm. Hmm. das geht aus gleich wie mit dem kuchen die kuchen die kuchen Das war's für heute. Oh, das war's für heute. Und das geht noch ein höher. Gut. Was haben wir hier? Gut. 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 man weiß mit denen ich wusste es doch da ist doch bestämter was sind da habe ich mir so gedacht so eine bonbons drin wer versteckt in der truhe mit bonbons nein ich wollte doch den dahinter angucken naja egal dann machen wir jetzt zu dem einen weg hier zack oh wieder 29 Wie viel Zeit habe ich hier für noch? Einen Tag. Das läuft nicht meistens mal so eine Woche. Ich glaube sogar noch länger weniger als eine Woche. Na egal. Einer fehlt noch dazwischen. Wenn ich den habe, kann ich den Game schon mal immer verkaufen. Aber den habe ich noch nicht. F1, 15, schön. Ausgewachsener, das war der große Drache. Spielen wir das hier mal. Gibt noch ein bisschen Energie. Ach, Gedrücktheit war das. Gewinne, 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 gewinne. Und alles für Stefan. Oh. 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 Ok, fertig Sternbilder, Zinthase noch. Und hier haben wir... Ich kann noch weiter scrollen. Wow. Also ich habe jetzt 83. 80, 80, 80, komm mir mal den weg. Ich habe noch 3, na dann warten wir noch ein bisschen, wir sind hier noch nicht ganz fertig. Ich würde die Pärchen zusammensuchen hier. Ach, nehmen wir den hier. Oh, es geht noch einmal weiter. Hm. Ja. Was kann ich noch machen? Soll ich Drachen kaufen? Ich kann glaube ich sonst nichts mehr machen, außer Drachen kaufen. Ich bestücke... Oh, ich fand es hier steht. War schon die ganze Zeit da? Ich glaube nicht. 3. Ok. Kombinieren. Ba-bam. 1, 2, 3. Kombinieren. Ba-bam. Kombinieren. Kombinieren. Ah, klar. Ah, ich kann nichts mehr kaufen. Ah, ja. Was haben wir hier? Für Diamanten Eier kaufen. Du hast eins. Ich muss zwei Stück kaufen. Ich muss... Und Kombi... Nein. Ich habe keine Blüte mehr. Oh, ach so. Ok. Ah, da war das Buch. So. Kombinieren. Yippie. Ein Feen, Drachen, Welpen. Da ist er. Der neue. Der neue Superstar. Dann werden wir jetzt hier einpflanzen. Weizen. Erstmal Mais. Dann nehmen wir Weizen. Und dann Rohrzucker. Ja. Mit Möhrchen habe ich ja voll aufgedeckt. Da nehme ich jetzt. Oh, ich habe keine Möhrchen genommen. Ach, ja. Egal. Ach, ja. Egal. Das ist mir alles so teuer. Oh, 26. Da ist was. Oh, ich brauche 71 dafür. Schade. 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 Schade, schade, schade. Schade. Gemein. Gut. Dann haben wir hier nochmal neun. Ich bin mal gelb fertig. Nein, ich bin mal nicht. Natürlich nicht. Viel zu wenig. Okay. Jetzt. Das war's. Ich kann nichts mehr machen. Ich könnte mir für Diamanten nochmal die Sachen holen. Und für Werbung anschauen könnte ich nochmal. Aber das mache ich ja nicht. Diamanten. Ach, 20. Nix da. Gibt's nichts. Also, ich würde mal sagen, das war's heute. Ich bin schon ziemlich weit gekommen, finde ich eigentlich. Schon wieder fertig. Das geht so schnell. Landkrieg Baumwolle. Ab Level 20. Ach, das dauert doch noch. Man wird ja schon angezeigt. So, Leute. Das war's. Mit Drachen Squad. Abmelden. Dann hole ich mir jetzt mein Ticket ab und sage schon mal Dankeschön für's Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch mal wieder seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.